Please hold for a very important message. Also da gibt es ja massig, massig Arbeit, auf die ich mich natürlich freue. Falls du neu bist auf meinem Kanal, möchte ich dich herzlich dazu einladen, ein Schnuffelhase zu werden. Lass ein Abo da, kommentiere bitte fleißig mit, was du so denkst. Das hilft mir sehr, sehr oft weiter in meinen Videos. Denn manchmal, wie vor kurzem, ist es so, dass meine Message anders rüberkommt, als ich sie senden wollte. Und dann bin ich sehr, sehr froh, wenn wir da ins Gespräch gehen und Dinge richtig gestellt werden können. Ich habe noch einen Gedankengang zum Thema, dass ich ein Slutshamer sei und dass ich ja der Melody ihren menschlichen Respekt nicht gönnen würde, weil ich einen Job auf OnlyFans so scheiße finden würde, was ja alles nie so von mir gesagt wurde. Aber mir, also viele, die das so verstanden haben, ich hatte das im letzten Video ja nochmal erläutert, wie ich das meinte. Und dass ich keineswegs Slutshamer bin und dass ich keineswegs Menschen weniger schätze wegen ihres Berufes um Jottes Willen. Aber was ich noch sagen wollte ist, ich hatte nämlich im Netz gelesen, dass jemand die Homosexualität, wie sie vor 20, 30 Jahren in Deutschland gehandhabt wurde, damit verglichen hat, wie tolerant ich zu dem Beruf von Melody stehe, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Aber in der Gesellschaft ist das ja schon ein nicht so angesehener Beruf. Viele Berufe oder die Berufe aus der Erotikbranche sind nun mal nicht so angesehen wie Managerpositionen in Großunternehmen. Das finde ich nicht gut, aber es ist ja so, es ist ja einfach ein Fakt, so wenn man sich die breite Masse anschaut. Und da ist mir noch ein Gedanke in den Sinn gekommen. Ein Kumpel von mir hat eine Tanzschule und das ist so ein Safe Space auch für homosexuelle Menschen unter anderem. Und der war total schockiert und hat mir damit auch so die Augen geöffnet, weil die Toleranz eines Menschen, der in der Erotikbranche arbeitet, zu vergleichen mit der Sexualität eines Menschen, ist natürlich auch nochmal eine Sache. Mit der einen Sache wirst du geboren. Damit kämpfst du schon in der Kindheit und Jugend, weil du andauernd ja auch an Ex gemobbt wirst und so weiter. Und du hast es dir einfach nicht ausgesucht, das ist deine Sexualität. Und das andere ist nochmal eine Jobwahl, die man natürlich auch aus den verschiedensten Motivationen trifft. Ja, ich denke, da gibt es viele, viele Storys, die einfach auch sehr dramatisch sind, warum jemand dort arbeitet. Aber nichtsdestotrotz sind das zwei unterschiedliche, unterschiedliche Themen. So, das wollte ich an der Stelle einfach auch nochmal zum, also da will ich mich einfach für die Homosexuellen einsetzen und sagen so, nee, das können wir so, kann ich auf jeden Fall so nicht stehen lassen, sollte auf jeden Fall nicht verglichen werden. So, und dann würde ich sagen, starten wir jetzt hier mit der Folge 8. Prince Charming, es geht ja hier sicher, nee, langsam, aber sicher dem Ende zu. Und was denkt ihr, wer wird das Rennen machen? Habt ihr schon einen Tipp? Bitte nicht spoilern, falls ihr schon etwas irgendwo erfahren habt. Ich weiß es tatsächlich noch nicht, ich kann es mir aber denken. Aber ich werde noch nichts sagen, ich will mal sehen, was ihr so sagt, wo der Trend hingeht. Und ja, Prince Charming könnt ihr gucken auf RTL Plus, dafür braucht ihr ein RTL Plus Premium Abo und das bekommt ihr über mich vergünstigt. Alles, was ihr dazu braucht, findet ihr unten in der Infobox, sondern würde ich sagen, starten wir jetzt. Irgendjemand von uns wird das Herz von dem Prince Charming erobern? Das würde ich so jetzt auch nicht im Raum stehen lassen, weil da wird eventuell gar nicht ein Herz erobert, sondern es wird einfach nur einer von euch den Titel mit nach Hause nehmen. Ich glaube, er ist am Kommen. Ja, vielleicht kommt er auch dabei, das kann ja schon sein. Naja, wenn es ihn glücklich macht. Also es ist einfach ein toleranter Umgang. Diese Atemübung hört sich natürlich echt ein bisschen sexuell an. Mich würde halt interessieren, ob die so im wahren Leben das auch so toleriert hätten oder ob sie ihn dann fertig gemacht hätten. Ich glaube, der hat sehr viel Druck angestaut hier. Der ist auch so gefühlt dauerspitz. Da kann ich das nachvollziehen, dass er ein bisschen Druck ablassen muss. Ja, aber er kommt, glaube ich, dabei gar nicht, oder? Ist das so eine Art, wo man auch dann kommen kann, ohne sich den Schniedel anzufassen? Das ist ja schon fast ein richtig guter Reisetipp, wenn man in so einem Mehrmann-Hostel ist, wo man mit mehreren Leuten sich den Schlafsaal teilt oder so. Lustigerweise hatte ich mal Orgasmen davon. Sexuelle Energie kannst du auch leiten im Körper. Das ist geil. Das würde ich, also für sowas bin ich ja immer zu haben. Ich bin ja jedes Mal glücklich, wenn ich irgendwie sowas Neues erfahre. Schau mal vor, du lernst, dass du so durch lautes Atmen mit Schlüpper an einen Orgasmus haben kannst. Ist doch voll geil, oder nicht? Da öffnet sich gleich ein neues Türchen. Seine Angehörigen. Seine Familie, Freunde. Die werden mich lieben. Es gab nämlich eine Nachricht, dass es nicht nur um den Prinzen geht, sondern eben auch um jemand anderen und die Jungs vermuten, dass es die Eltern oder Freunde sind. Und ich muss sagen, unser Jungspund ist hier ein richtig guter Dinge und ist total aufgedreht. Dann sagt sie, die werden mich lieben. Ich finde das sehr beeindruckend, weil er ist ja schon immer sehr stocksteif, wenn er mit dem Fabian alleine ist. Und dann klappt das immer erst, kommen die in den Flow, wenn er ihm die Zunge in den Hals stecken darf. Vorausgesetzt, er hat vorher nicht geraucht. Und hier ist er halt so richtig überzeugt. Ich werde die begeistern von mir. Alle, die jetzt gerade noch da sind, sind mir alle einen Schritt voraus, weil sie alle ein Einzeldate hatten. Ich bislang ja noch keins. Und dann denkst du dir halt schon so, hm, okay. Also muss ich sagen, ginge mir ähnlich. Ist echt schwierig, glaube ich, dass man da, ähm, ja, sich nicht fragt, so, warum bin ich überhaupt noch hier? Bin ich nur hier, weil er mehrere Leute bis jetzt nicht hätte rausschmeißen dürfen? Oder worum geht's hier eigentlich? Alle hatten mindestens ein Einzeldate, einige hiervon ja auch mehrere schon. Und dann würde ich mich fragen, warum war ich keins davon? Also Fabians Partner sollte auf jeden Fall aktiv sein. Ey, warte mal, ich dachte, der Fabian selbst sei aktiv. Warum soll denn jetzt dein Partner auch noch aktiv sein? Jetzt merke ich, äh, der Verstand muss nach hinten und der Bauch kommt und das Herz kommt. Toll. Aber das freut mich aber zu hören. Ja. Super. Ich muss sagen, seine Freunde finde ich bezaubernd. Und, äh, sie kennen den Fabian, glaube ich, auch ein bisschen verkopfter und sind jetzt total beeindruckt von seiner Wandlung. Was findet ihr am besten an der tollsten in Fabi? Könnt ihr das sagen? Ja, also ich finde, der sieht ganz gut aus in seinem, in seiner Speedo. Das sieht mir da schon sehr wulstig aus. Das wird mir gefallen. Und der Bizeps ist natürlich auch so nice. Nein, und der Fabian im Allgemeinen ist schon süßer. Also ich muss sagen, er und Niklas sind für meine, für meine Verhältnisse, für meine bescheidenen Verhältnisse so die Favorites. Ich bin halt immer sehr hibbelig, wenn er da ist. Ich kriege so ein bisschen weiche Knie und er gibt ihm mal so eine Ruhe ab. So, man kann sich gut fallen lassen dann in seiner Nähe. Ja, indem man ihn dann züngelt, ne? Weil er ist ja wirklich immer sehr hibbelig. So Gespräche aufbauen ist eher so schwierig. Ja, und dann will er ja immer schon so, beugt er sich so vor, so rüber und will eigentlich züngeln. Und der Fabian ist so, nee, jetzt setz dich mal gerade hin, ne? Macht dich mal gerade und redet einfach mal ganz normal mit mir. Wer ein erwachsener Mensch, ja? Da lotst er ihn aber, finde ich, auch schon sehr, sehr gut durch. Das finde ich auch immer sehr erotisierend, wie er sich den dann so nimmt, ne? Und den da so ein bisschen durch dieses Gespräch coacht. Es wundert mich immer ein bisschen bei Basti, wie er redet, wenn zum Beispiel Fabian da ist. Weil in der Villa ist er wirklich laut am Romschein und ha 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 und hi hi. Aber wenn da der Fabian da ist oder auch heute mit seinen Freunden, dann ist er so ein bisschen mehr zurückhaltend und so ein bisschen der scheue Boy. Aber so kenne ich ihn gar nicht. Ich muss sagen, das würde mir auch richtig auf den Keks gehen. Ich weiß gar nicht, ob ihm das wirklich auf den Keks geht. Aber ich finde nichts schlimmer, als wenn Menschen nicht authentisch sind. Und wenn ich wüsste, mein Mitstreiter, was da eh alles so ein sensibles Thema ist, ist im Haus so total aufgedreht und bla. Und dann, wenn er da die Freunde kennenlernt oder wenn er mit Fabian ist, ist er total anders und gibt sich ganz anders, als er wirklich ist. Finde ich schwierig. Würde mich jucken. Und auch an Fabians Stelle wäre ich da so, okay, lerne ich den jetzt überhaupt wirklich kennen oder eher nicht? Mir war immer wichtig, so Freundschaft und Beziehung so zu kombinieren. Und ich meine, wenn ich mich zusammen bin, da siehst, wir kichern, wir sind kleine Kinder. Und dann sind wir über tiefe Sachen am Reden. Also wir haben schon eine ganze Palette so festgestellt. Und ja, klar ist man auch von ihm angezogen, in allen Hinsichten. Ja, also wir hatten viele Lattenmomente, wenn ihr wisst, was ich meine. Und Genitalmassagen, also er und ich haben, also die beiden haben schon eine sehr, sehr dolle körperliche Anziehung, aber reicht es für mehr? Geht es über einen Handshop hinaus? Fabian sieht in Dennis ein bisschen das Mysteriöse. Ich glaube, er hat ihn noch nicht ganz durchblickt. Auch wenn Dennis viel spricht, ist bei Dennis nicht ganz klar, wie Dennis wirklich ist. Und ich glaube, er ist noch für Fabian ein bisschen ein Mysterium, was er gerne erkunden würde. Ja, aber die Zeit reicht nicht mehr. Deswegen hat er, glaube ich, gar keinen Bock mehr drauf. Der Dennis, ich finde, in seinen Augen ist in dieser Folge auch schon so richtig so, ich habe aufgegeben zu lesen. Das liest man da raus. Es ist so, ich mache das nicht mehr. Die Enttäuschung steht ihm in diese wunderschönen braunen Augen geschrieben. Anders kann man es nicht sagen. Es gab Momente, wo ich Fabian wirklich auch sehr traurig erlebt habe, aber er ist schon auch sehr kontrolliert. Und er lässt solche Emotionen auch manchmal nicht so zu. Wütend kommt er ab und zu mal vor, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt. Das ist halt das Ding. Also man darf ja auch wütend sein und so weiter. Aber so strahlend ein Mensch dann auch oftmals ist. Also ich finde, desto geleckter ein Mensch rüberkommt, desto mehr muss im Innern auch schlummern. Und der Fabian ist ja schon so, okay gut, lass mal schön an der Oberfläche bleiben, bliblablub. Ist ja schon oft so die Wahrnehmung von auch den Kandidaten dort. Aber desto doller schlummert es manchmal im Innern. Deswegen bin ich eigentlich eher ein Fan dafür, die Emotionen zu leben. Sei es weinen, sei es Wut, auch sauer zu sein, weil sonst staut sich da irgendwas auf. Und also der Fabian ist ein toller Prince Charming. Ich finde, der könnte nur noch doller die volle Palette ausleben, weil seine Freunde sagen ja, dass er diese Seiten natürlich auch besitzt. Ich muss ja sagen, dass ich es sehr, sehr gut von Fabian finde, dass er Freunde hat, die ihn so lange begleiten, weil ich da mich selber sehr erkenne. Und ich finde, das spricht auf jeden Fall für einen, wenn man so lange Bindungen intensiv eingehen kann, statt immer so kurzlebig den Freundeskreis wechselt. Ja, sehe ich auch so. Finde ich wunderschön. Also weder das eine noch das andere muss zwingend falsch sein. Man trennt sich ja manchmal auch aus gutem Grund von Freunden, weil sie einem einfach keine Loyalität erweisen, whatever. Da gibt es ja tausend Gründe. Ich finde natürlich immer, man sollte reden, reden, reden hilft, weil oftmals verstehen wir uns einfach wirklich nicht richtig und unser Stolz steht uns im Weg und so. Aber wenn jetzt zum Beispiel mein, weiß nicht, mein bester Freund mit meinem Ex schlafen würde, die Unterhaltung hatte ich übrigens gestern mit meinem Freund, hätte ich jetzt auf Anhieb gesagt, würde ich die Freundschaft kündigen. Würdet ihr die Freundschaft kündigen? Oder hätte die für euch noch eine Chance? Könntet ihr darüber reden? Das ist die Frage, weil warum machen Menschen Dinge? Das ist manchmal echt so spannend. Also ich hätte jetzt eigentlich so gedacht, ich würde meinem besten Freund dann die Freundschaft kündigen, weil was sagt er mit meinem Ex-Freund zu schlafen? Aber auf der anderen Seite muss man immer alles wegwerfen oder macht es vielleicht auch Sinn, darüber zu reden und einfach mitzuteilen, hey, ich finde das blöd. Und dann hat der andere immer noch die Chance, es nicht mehr zu tun. So ist so die Frage. Immer so dieses komplett zumachen, weil auf 180 oder nicht. Und das trifft nicht auf mich zu, sodass er Bescheid wissen. Ich habe letztes Mal auf das vorletzte Video oder so, hat auch jemand gefragt, kann es sein, dass sein Freund eine offene Beziehung haben möchte? Nein, möchte er nicht. Also es steht überhaupt nicht zur Debatte. Aber trotzdem beschäftige ich mich damit, weil ich in der heutigen Zeit, in der jetzigen Situation einfach viel hinterfrage, weil ich mich besser erkunden möchte, kennenlernen möchte, mit meinen Triggern umgehen möchte und so weiter. Philippe war für mich tatsächlich eine Überraschung heute, aufgrund seinem Hang zur Esoterik. Ja, weil die beiden Freunde von Fabian haben gar nicht damit gerechnet, dass so ein Typ überhaupt eine Runde nur weiterkommt. Wieso eigentlich ist das voll der Businessman, der sich abends dann immer aufregt über jeden tagsüber, so tut, als wenn er vorher gut gelaunt wäre und der beste Vertriebler wäre. Ja, und dann nimmt er sich so ein Esoteriker hier mit ins Halbfinale oder wo wir hier auch immer sind. Das passt gar nicht. Der Mann, für den wir uns heute entschieden haben, bringt das Gesamtpaket mit und wir glauben, dass er sehr gut zu Fabian passt. Und wer ist es? Weil beim Schweizer haben sie gesagt, der Schweizer bräuchte noch ein bisschen Zeit, um irgendwie aus sich rauszukommen. Ich habe ja hier echt kurz mit dem Gedanken gespielt, dass sie den Dennis nehmen könnten. Ich weiß auch nicht warum. Das war irgendwie so mein Gefühl. Aber dann war es nicht Dennis. Ich glaube, ich rieche schon. Ich rieche schon einen schlechten Atem. Schon von hinten. Ja, es ist der Schweizer geworden. Hattest du dir das gedacht, oder? Vielleicht habe ich ein bisschen gehorft. Ja, warum sollte ich auch andere kennenlernen? Dennis zum Beispiel, den ich noch nie alleine gesprochen habe, hat seinen Grund. Ich konnte ihn nur noch nicht rauswerfen. Ich habe das Ganze hier ja gerne auch abgekürzt. Aber no. Deswegen hatte ich einfach Bock, dich jetzt schon zum dritten oder vierten Mal zu sehen. Aber ich finde es auch total schön, dass du, dass man dir so Vertrauen schenken kann. Also weißt du, es ist ja etwas sehr Intimes. Das ist, finde ich, auch ein sehr, sehr guter Anhaltspunkt, weil seine Freunde, seine besten Freunde haben sich beide jeweils beim Fabian geoutet. Erstmals und erstmalig. Und das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, weil das zeigt, dass man mit ihm über solche Dinge reden kann. Dass ich bislang kein einziges Einzeldate hatte, ist super frustrierend, weil da fehlt einfach ein gewisses Level an Intimität, was zustande kommen kann. Ja, ich glaube, der Zug ist wirklich abgefahren. Nimm es einfach mit Würde. Es hat irgendwie nicht geklappt. Aber meine Güte, ich glaube, das ist ganz normal, wenn man da in der Auswahlposition ist, also des Wählers, des Prinzen, kann man auch nicht alle auf dem Schirm haben. Der fand ich schon irgendwie interessant. Aber für mehr hat es dann einfach nicht gereicht. Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich zu viel geredet habe. Ich weiß es nicht. Ich fühle mich so unwohl einfach in dieser kompletten Situation. Das kann ich schon verstehen. Aber ich finde, er hat überhaupt nichts falsch gemacht. Also du hast überhaupt nicht zu viel geredet. Nichts kann dir irgendwie angekreidet werden. Du warst einfach, wie du warst die ganze Zeit. Ich finde dafür, dass dir so viel unter die Nase gerieben wurde. Wie, wer, was schon alles erlebt hat und du das ja auch alles am liebsten selber gehabt hättest, hast du wirklich Größe bewiesen, indem du nicht in dein Ego abgerutscht bist allzu doll, sondern hier wirklich das Ganze mit sehr viel Würde genommen hast. Der Dennis hätte sich jetzt halt noch ein Einzeldeck gewünscht, weil er hatte halt bisher noch keine Chance. Ja, juckt mich eigentlich gar nicht. Was soll ich machen? Er gehört halt einfach zum Cast. Ich meine, die Show ist einfach so aufgebaut. 21 Jungs so Step-by-Step, Woche für Woche, aber ich hatte keinen Bock auf den. Ich wollte dich wirklich so fragen, wie würden wir jetzt das so konkret machen? Du hast ja auch schon gefragt. Das könnte natürlich ein brenzliges Thema werden, weil der Fabian so bindungsängstlich rüberkommt. Mit meinen Freunden, mit denen ich mich privat darüber austausche, wir sind alle einer Meinung, er möchte schön Abstand zusammenziehen und solche Sachen, das ist alles immer ein großer Stressfaktor. Deswegen erstmal lieber nicht. Und ich habe auch leider schon gehört, dass er wieder auf Apps unterwegs sei. Er wurde von schwulen Männern in Deutschland schon wieder irgendwo gesehen angeblich. Ich habe es selber nicht mit meinen Augen gesehen. Würde für mich bedeuten, entweder er hat mit ihm hier noch keine Beziehung. Die sind immer noch sowas wie Freunde plus. Oder sie haben eine offene Beziehung. Oder sie haben gar keine Beziehung. Also ich habe mir so gedacht, dass wir halt das irgendwie so in Intervallen oder so machen können. Dass man so sagt, komm ich jetzt mal eine Woche zu dir. Ja. Oder zwei Wochen oder mal ein längeres Wochenende. Arbeite dann aber von Berlin aus zum Beispiel. So habe ich mir das vorgestellt. Weil ich finde es halt schon toll, wenn man Zeit miteinander verbringt. Und nicht so kurz ein Wochenende oder irgendwie. Ja, glaube ich auch. Ich weiß es nicht. Also es fühlt sich so ein bisschen an, als würde man das dem Fabian so rei... Also so, als würde er das selber gar nicht fühlen. Also, ist doch gut. Ja, finde ich auch so. Weil ich kann jetzt hier ja auch als Prinz nicht sagen, hey, ich bin hier und nehme diese ganze Staffel ein. und klaue jemanden anderem, der vielleicht wirklich Bock hat auf was Enges, den Posten. Und dann kommt er mir hier mit einem wirklich schönen Vorschlag. Und ich sage dann so, nee, das ginge ja nicht. Aber es scheint mir nicht so, als wenn der Fabian richtig heiß wäre auf diese Idee. Wisst ihr? Der ist so, hm, oh, okay, hast du dir jetzt so gedacht? Ja, ja, hm, ja, nee. Also ich habe ja schon erzählt, ich bin dann von Montag bis Freitag erstmal auch auf WhatsApp nicht zu erreichen, weil ich mich so reinknie in meinen Job. Du willst eine Woche bei mir Homeoffice machen? Hm, schön für dich. Und ich bin immer wieder überrascht, dass ich ihn gar nicht so lange kenne. Aber es fühlt sich so an, als wären wir schon wesentlich weiter. Das ist aber schön, dass sowas unter so künstlicher Atmosphäre im Fernsehen passieren kann, ne? Man muss halt immer nur aufpassen, dass das nicht so trügerisch ist, ne? Weil es soll sich ja auch alles immer alles sehr romantisch anfühlen und so weiter. Und man will die Liebe heraus provozieren. Und manchmal ist man da in so einem Wahn und dann ist man wieder draußen. Die Kameras sind aus. Die Leute, die Realisten da, stellen auch nicht mal diese speziellen Fragen. Und dann denkt man sich so, hui, ich habe jetzt doch irgendwie Bock auf Gangbang in Berlin. Sehr schön. Bin ein bisschen verknallt. Ein klitzekleines bisschen bin ich verknallt, ne? Ist das ein gutes Zeichen? Ja, ich glaube schon. Ja, also es war ja immer so, wenn jemand von einem Einzeldate zurückkam, dass da alle gespannt rundherum saßen und auf die Nachrichten warteten. Aber jetzt waren die auch so ein bisschen, ja, ja, ein neues Einzeldate. Ja, weil Tim hat sich so gedacht, okay, ich komme jetzt wieder nach Hause und will den anderen erstmal wieder schön unter die Nase reiben, wie geil mein Date war. Aber dass die sich gerade fertig machen für die letzte Gentleman's Night und einfach aufgeregt sind und dieser Tim ja auch schon zum fünften Mal ein Einzeldate hatte, haben die einfach keinen Bock. Und das kann man doch auch verstehen, ne? Also, aber nee, das wird jetzt durchgezogen. Ich werde euch jetzt von Anfang bis Ende erzählen, was ich mit dem Prinzen gemacht habe. Also ich muss sagen, da rein, da raus. Ich habe nur irgendwas von weißen Tüchern gehört und dass es ja total toll war und blablabla. Verstehe ich voll. Wisst ihr, immer wenn ich ihn sehe, ne, auch heute, ich denke so Topmodel, er ist einfach ein Topmodel. Er wird wirklich, ich glaube, eine deutsche und Gabana-Werbung irgendwann machen. Ich spüre das in meinem Venus-Hügel oder Calvin Klein, weil er auch immer eine Calvin Klein hier Unterhose anhat, wenn er morgens aufsteht. Der ist einfach Model as fuck und ich würde an seiner Stelle auch da gar nicht mehr hinhören. Ich würde sagen, Tim, freudlichen Keks, ja, schön, wir sind aufgeregt. Es ist gerade auch ein bisschen taktlos, dass du einfach wie ein Wasserfall darüber redest. Dass ihr schon zum fünften Mal ein schönes Date hattet. Halt dein Maul. Dann haben wir uns auch da am Tisch schon ein bisschen halt wieder abgeknutscht so. Und dann hat es auch einen Balkon gehabt. Dann sind wir so auf den Balkon gegangen. Und daneben auf dem Balkon haben wir halt auch nochmal rumgeknutscht, weil es war wirklich so romantisch. So, why, Wayne, wen juckt das? Kann man ihm nicht seine beste Freundin irgendwie per Skype irgendwie zustellen? Die anderen Jungs, das ist einfach so scheiße, ne? So, und dann haben wir, und dann könnte er ja auch anders erzählen, ne? Er könnte ja auch einfach erzählen, hey, ne, ich weiß, ihr hättet auch gern gehabt, war aber voll schön und so, nur dass du Bescheid wirst. Aber er ist so richtig so, ja, dann haben wir uns da nochmal abgeknutscht und dann hat er mir da nochmal den Finger in den Po gesteckt. Und ja, also nochmal abgeknutscht, also Leute, es ist eigentlich schon safe, ich bin da Gewinner. Und es war wirklich so, das fühlte sich so für mich wirklich wie ein richtiges Date an. Wie schön für dich. Ja, also was soll man denn noch sonst sagen? Wie schön für dich, freu dich. Und lern einfach mal ein bisschen empathischer zu sein und ein bisschen taktvoller. Ich würde gerne am nächsten. Süß. Da habe ich geweint gestern, das habe ich nämlich gestern schon geguckt, ich habe geheult. Ne, ich habe es am Samstagabend geguckt, sorry. Und dann war ich auf den Geburtstag eingeladen von einem Schnupfelhasen, der mittlerweile mein Kumpel ist, der Chris. Ja, durch Zufall kennengelernt auf dem Geburtstag. Und dann wusste ich, hat er mir schnell gesagt, er ist ein Schnupfelhasen jetzt, das ist an meinem Herzen. Genau, und dann konnte ich nicht mehr weitergucken. Und ja, so ist es dann gelaufen. Was soll ich sagen? Genau, dann habe ich halt geweint, weil ich mir so dachte, es ist so chancenlos für ihn, weil kein Einzeldead, kein gar nichts. Und dann hat er sich da wirklich nochmal aufgerappelt in so einem wunderschönen türkisen Anzug oder welche Farbe das auch darstellt. Petrol, I don't know. Und hat dann so wirklich rumgewackelt die ganze Zeit und dann so, ich werde gerne am nächsten. Es ist so herzzerreißend. Das war der herausforderndste Moment in meinem Leben gefühlt. Oh, Maus. Der Anzug ist richtig geil. Und du bist, kannst bitte stolz auf dich sein, okay? Hast du deinen Gefühlen gestanden? Auch, obwohl du Angst hattest vor Ablehnung und dir auch abgelehnt wurdest am Ende. Ich kann das schon mal jobben. Ja, hast du wirklich super gemacht. Ja, das wäre so ein Moment, da würde ich vielleicht lachen. Ja, kannst du mal deine Augen schließen? Ja, und jetzt stell dir immer vor, wie wir auf einer Erlichtung sind. Und ich mache dir den Hosenstein auf und schwupps, schwupps ist er in meinem Mund. Und jetzt atmest du einfach nochmal aus. Ja, und du merkst, wie du kommst in mir. Ja, und jetzt nutzt er die Gunst der Stunde, dass der Prinz die Augen zu hat und... Da kommst du in deine Nähe. Das ist ein Wärme. Da wird er einfach einmal unwissentlich abgeschlabbert, ne? Kann sich gar nicht irgendwie positionieren, sondern wird einfach einmal abgeleckt. Tim war süß. Ich konnte bei Tim auch gar nicht mehr aufhören zu grinsen, als ich ihn angeguckt hat, weil irgendwie hat er so ein bisschen mich verzaubert, muss ich sagen. Ich glaube, er ist schon so verstrahlt wegen Tim, dass die anderen eigentlich gar keine Chance mehr haben. Das ist jetzt mein Voting. Ich glaube, der wird es. Dennis, ich habe mich von Anfang an in seine schönen Augen verloren. Und du hast echt von meinem Wesen verzaubert. Wie du schon gesagt hast, die Zeit war leider unser Gegner. Ja, aber es ist ja nicht so, als hättet ihr so viel Zeitmangel gehabt, ne? Ich weiß, dass das irgendwie so eine Floskel war von ihm. Aber du hättest ja auch statt den Schweizer irgendwie nochmal auch ihn mal einladen können. Es ist ja nicht so, als hättest du jeden von den Jungs noch einmal gesprochen. Und es sei einfach aus zeitlichen Gründen nicht möglich gewesen, auch mal Dennis zu sprechen. Ich habe in der Zeit auch mehr Gefühle für andere entwickelt. Und ich wünsche mir gleichzeitig, dass du einen Mann an deiner Seite bekommst, der dich über alles liebt. Und das werde leider nicht echt sein. Ja, das wünsche ich dem Dennis aber auch. Dennis ist ein bildhübscher Mann. Buch mit sieben Siegeln. Und ich habe es nicht geschafft, bis hierher zu knacken. Ja, aber das ist ja etwas, was ihr gemeinsam habt, ne? Ich finde nämlich, dass der Prinz sich auch nicht so richtig öffnet. So richtig dolle. Wir wissen nicht, wovor er so richtig Angst hat. Wir haben ihn noch nie sauer erlebt oder irgendwie sowas. Also, ja, und der Dennis schützt sich auch. Ist es ihm vielleicht deswegen so ein Hindernis, weil er sich so denkt, hm, nee, das triggert mich so in Richtung Projektion. Der ist ja genauso verschlossen wie ich. Oder was ist da los? Der Dennis kann natürlich auch ein bisschen mehr aus seiner Haut kommen. Ein bisschen raus, ein bisschen, komm, trau dich. Klatsche kriegst du so oder so am Ende des Tages, wenn du eine Klatsche bekommen sollst. Aber wenn du dich öffnest und vulnerable zeigst, verletzlich, dann weißt du zumindest, dass du alles gegeben hast, ne? I love you, bye. Philippe, das Universum hat mir dich geschickt. Du hast dich spät gezeigt. Leider hat die Zeit nicht gereicht. Ich musste ja die Krawatte leider abnehmen. Leute, man merkt richtig, dass ich noch müde bin, ne? Also, ich habe leider schon die Verabschiedung gemacht. Aber er wird natürlich auch noch verabschiedet. Also, er hat es auch nicht geschafft. War mir auch klar, der war nur körperlich interessant jetzt erstmal. Da kam er auch viel zu spät ins Rennen. Und dieses ganze Geflüsterer hat, glaube ich, den Prinzen auch ein bisschen abgeturnt. Jetzt haben wir also den Schweizer und das Topmodel im Finale. Und ich bin einfach, ja, gespannt. Weiß ich nicht. Ich glaube, es wird der Schweizer, ne? Ich sage tschüss. I love you.